Die Herausforderung bei dieser großen Reise ist, einen Klang zu finden, der für die ganze Strecke passt. Und zwar jetzt nicht so von der Melodie her, sondern einen Klang zu entwickeln, der mit dem Team was fährt, mitfährt, sodass, wenn man einen Teil guckt oder auch noch einen Teil mehr oder vielleicht sogar alle zehn tatsächlich, nicht das Gefühl hat, die Filme stehen musikalisch alle für sich und da könnten auch zehn verschiedene Leute was dafür geschrieben haben und jeder hat einen völlig anderen Klang, sondern dass man einen Klang entwickelt, der einen von Berlin bis nach Tokio mitnimmt. Und gleichzeitig, das ist ja ganz klar, dass wenn man jetzt in der vor allen Dingen ländlichen Gegend, in Iran oder Vietnam oder Japan ist, doch gerne möchte, dass es eingefärbt ist mit Instrumenten von dort, dass man wirklich das Gefühl hat, man ist dort bei den Menschen, die gefilmt werden. Ist okay? Nach den anfänglichen Vorstellungen, dass es was ganz Großes und Fantastisches sein muss, weil die Reise so groß und so lang ist, hat sich nach einer Weile eher ergeben, dass wir eher eine Neugier und eine Fremdheit uns zugestehen, im Klang zu benutzen als Hauptthema. Das ist eigentlich ein ganz kleines Motiv, was man ja sofort wiedererkennen muss, auch wenn es nur ganz kurz läuft. Ja, und mit diesem kleinen Motiv muss es eigentlich schon reichen, dass jeder weiß, ah, wir sind wieder beim Hauptthema. Und das klingt für, glaube ich, unsere westeuropäischen Ohren erstmal sofort schon exotisch. Einerseits wegen des Instrumentes und auch wegen der Tonleiter, die da benutzt wird. Und im Ganzen würde das dann eher so klingen. Am meisten Spaß macht mir zum Beispiel der heutige Tag, weil an dieser Stelle nacheinander all die Spuren, die ich nur mit dem Computer vorher erzeugen musste, tatsächlich gerade mit menschlichem Spielwillen und Talent aufgefüllt werden. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.